Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Erik Oliver Mechler. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Konto bei Threads erstellen könnt und wie Threads genau funktioniert. Ja, wie ihr wisst, Threads ist ja ein Instagram-Dienst, der so im Mai, Juni herum veröffentlicht worden ist und kurz darauf hier in Europa verboten worden ist. Jetzt aber seit ein paar Tagen ist Threads auch hier in Europa für alle verfügbar. Ja, wenn ihr auf Threads.net geht, dann seht ihr hier jetzt den Public, den öffentlichen Feed und ihr seht sehr schnell, ja, das sieht sehr ähnlich aus wie Blue Sky oder Twitter aka X oder wie auch das immer heute gerade heißt. Und ja, da kann man dann also relativ einfach aus einer App heraus kleine Posts veröffentlichen, kleine Bilder veröffentlichen und so weiter und so fort und es ist direkt mit eurem Instagram-Konto verbunden. Ja, um jetzt ein Konto erstellen zu können, müsst ihr natürlich die App herunterladen. Die heißt eigentlich überall Threads, eine Instagram-App. Ihr findet es auf Google Play und auch im Apple Store. Die könnt ihr dann relativ schnell herunterladen. Ja, und nachdem ihr die App installiert habt, dann empfehle ich euch wirklich, lockt euch in eure Instagram-App ein, damit das nämlich bereits hinterlegt ist. Das habe ich jetzt hier schon mal gemacht und dann öffne ich die Threads-App und diese Seite begrüßt mich. Da habe ich eben die Möglichkeit, unten das Ganze ohne ein Profil anzuschauen. Da werde ich nochmal gefragt, ob ich das ohne Profil verwenden möchte. Und jetzt sehe ich wieder diesen ganz normalen Public Feed. Ja, und wenn ich mich dann anmelden möchte, ja, dann werde ich oberhalb direkt gefragt, ob das das richtige Konto ist. Wenn nicht, dann habt ihr unten die Möglichkeit, auf Konto wechseln zu klicken und dann seht ihr eure installierten Instagram-Konten. Und da könnt ihr dann das richtige Konto auswählen und ja, dann läuft die Anmeldung eigentlich bereits. Ja, und jetzt werdet ihr gefragt, ja, dürfen wir ein Profil mit diesem Instagram-Konto erstellen? Und dann wird mir hier unten noch weitere Infos angezeigt. Und da ich das natürlich sicherlich gelesen habe, klicke ich jetzt hier auf Zustimmen und Profil erstellen. Ja, und als nächstes kann ich hier die Profilinformation herunterladen. Also wenn ich hier den Namen ändern möchte, dann wird mir gezeigt, nein, das kann ich natürlich nicht machen, denn es ist ja mit dem Instagram-Konto verknüpft. Aber hier unten kann ich eigentlich sofort einen eigenen Steckbrief erfassen. Jetzt hier wirklich für Threads oder aber, und das ist das Praktische, ihr habt es ja mit Instagram verknüpft und dann könnt ihr unten Steckbrief von Instagram importieren klicken und dann werden wirklich alle Informationen, die in eurem Profil auf Instagram angezeigt werden, rüberkopiert. Also da muss ich nicht mehr wirklich viel machen. Und auch bei den Links kann ich entweder hier den Link vorhand tippen oder ich klicke hier unten direkt auf Link von Instagram verknüpfen importieren und dann wird mir der Link direkt eingebaut. Ja, und wenn ich alles gemacht habe, kann ich hier unten auf Weiter klicken. Dann werde ich hier gefragt, ja, möchte ich ein öffentliches Profil oder nur ein privates Profil? Also das öffentliche Profil ist, jeder kann es anschauen und lesen und interagieren damit oder das private, da können nur bestätigte Follower was sehen. Aber ich mache jetzt hier ein öffentliches Profil und sonst kann ich einfach auswählen, ganz normal. Und dann klicke ich hier auf Weiter. Dann werde ich hier noch gefragt, ja, ob ich wirklich beitreten möchte. Hier werden wir weitere Informationen gezeigt, dass auch Threads mit dem Fediverse verknüpft werden soll, was eigentlich eine sehr schöne Sache ist. Und dann kann ich hier auf Beitreten klicken. Ja, und jetzt sind wir eigentlich bereits hier auf Threads aktiv. Also ich habe jetzt hier den ganz normalen Public Feeds drin von Leuten, die mich interessieren könnten. Ich kann natürlich auch hier mein Profil anschauen und hier habe ich direkt mal ein paar Vorschläge von Leuten, die mich interessieren könnten. Ja, und dann habe ich hier beim Herz direkt die Aktivitätsseite offen. Da kann ich nämlich schauen, ja, wer hat auf meine Posts geantwortet, wer hat mich erwähnt, wer ist verifiziert und so weiter und so fort. Also auch wieder sehr schön und es werden mir direkt Leute angezeigt, die mir auf Instagram folgen und einen eigenen Threads-Account haben. Ja, in der Mitte kann ich dann natürlich den ersten Post machen. Also da kann ich hier schreiben, Hello World. Dann habe ich hier unten natürlich noch die Möglichkeit, etwas hinzuzufügen, Bilder hinzuzufügen. Muss ich natürlich noch die Rechte freigeben. Ich will das jetzt nicht. Hier unten kann ich noch einstellen, ja, ist es jetzt ein öffentlicher Post oder können nur Leute etwas sagen oder darauf reagieren, die mir folgen oder nur die, die ich erwähnt habe. Also hier habe ich noch eine Art Sichtbarkeitseinstellung, die ich machen kann. Und ja, danach könnte ich eigentlich hier auf Posten klicken. Ihr seht jetzt unten, wie hat es gepostet. Es dauert ein bisschen, aber das sollte dann wenige Sekunden später laufen. Und wenn ich hier wieder aufs Herz klicke, dann sehe ich hier unten direkt meinen Post. Hier sehe ich auch die Antworten und hier die Reposts. Ist jetzt natürlich ein bisschen leer. Und hier habe ich die Möglichkeit, nach Leuten zu suchen und auch nach Hashtags zu suchen. Ja, wenn ihr die Timeline anschaut, dann seht ihr es sehr schön. Hier oben seht ihr den Hauptpost und unten steht jetzt da in diesem Beispiel 174 Antworten und gefällt 3640 Mann. Und wenn ich hier draufklicke, ja, dann wird mir die ganze Timeline, der ganze Thread, wie man ja auf Englisch sagt, geladen. Und da kann ich dann wirklich das Ganze anschauen. Wer hat was gepostet und so weiter und so fort. Und ich kann natürlich hier oben direkt auf das Icon klicken, von dieser Person auf das Plus. Und dann folge ich der Person. Wenn mir aber eine Person auf den Wecker geht, dann kann ich auf diese drei Punkte rechts oben klicken. Hier zeige ich nochmal. Und dann sehe ich ja sofort, ja, möchte ich die Person stumm schalten. Also sie ist nicht blockiert. Es ist einfach stumm geschalten. Es wird mir nicht mehr in der Timeline angezeigt. Ich kann sie blockieren. Dann sehe ich sie gar nicht mehr. Oder ich kann einfach diesen Post wirklich verbergen. Oder natürlich melden. Ist natürlich die letzte Variante. Natürlich kann man Threads auch im Browser anschauen. Also wenn ihr hier wieder auf Instagram reingeht in euer Konto, dann seht ihr hier unten einen neuen Button. Der heißt Threads. Und wenn ich da drauf klicke, ja, dann komme ich direkt auf die Threads.net-Seite. Und hier kann ich mich dann einloggen. Weiter mit Instagram natürlich. Nochmal weiter mit Instagram. Wenn mir hier das entspricht. Ja, und dann bin ich hier eingeloggt, wie ihr sehen könnt. Also ich habe jetzt hier oben wieder diese vier Punkte. Also fangen wir mal mit dem letzten an. Hier ist mein Profil. Hier kann ich auch mein Profil bearbeiten. Ja, und wenn ich mein Profil noch verbessern möchte, kann ich hier auf Edit Profile klicken. Hier kann ich das Ganze machen. Ich kann auch hier noch ein Bild importieren. Eben Import von Instagram oder ein eigenes Bild hochladen. Und dann kann ich das Ganze mit dann abspeichern. Hier seht ihr meine Posts. Hier hat mir bereits jemand geantwortet. Der Roger aus Luzern. Ich kann ihm jetzt auch gleich folgen, wie ihr seht. Ich habe jetzt einfach hier auf sein Icon geklickt. Und kann hier direkt auf Follow Back machen. Und hier beim Herz sehe ich meine ganzen Aktivitäten. Also hier habe ich die Liste von allen Aktivitäten. Hier sehe ich, wer folgt mir. Wer hat mir geantwortet. Wer hat mich erwähnt. Wer hat mich zitiert. Wer hat einen Post repostet. Und wer ist verifiziert. Hier im mittleren Punkt kann ich ganz normal einen Post schreiben. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ich habe jetzt hier mehr Möglichkeiten mit dem Post. Also ich kann jetzt hier nicht nur einen Text machen. Ich kann hier nicht nur ein Bild machen. Sondern hier habe ich sogar noch die Möglichkeit, ein Hashtag auszuwählen. Dann ploppt das auf. Und ich kann jetzt hier nach Hashtags suchen, die mir vorgeschlagen werden. Den anklicken. Und so sieht der Hashtag aus. Er hat also keinen Gartenhack, kein Hashtag davor. Sondern ist so blau markiert. Und ich kann sogar eine kleine Umfrage machen hier. Also auch sehr schön. Und dann kann ich es hier abschicken. Hier kann ich auch nach noch neun Leuten suchen. Also so sieht das ähnlich aus wie auf Instagram. Ja und hier beim Häuschen habe ich dann die beiden Feed-Möglichkeiten. Einerseits sehe ich hier den Public Feed, wo ich einfach alle Leute sehe, die was gepostet haben. Ab und zu sind sie verbunden mit mir. Ab und zu nicht. Also ihr seht jetzt hier habe ich Schweiz auf einmal drin. Hier Englisch. Also da gibt es noch irgendeinen Algorithmus, der mir irgendwelche Leute vorschlägt indirekt. Ich kann aber auch hier auf For You klicken. Dann habe ich nämlich den Feed, wo ich wirklich nur die Leute sehe, die ich aktiv folge. Also hier jetzt den Roger und natürlich meine Posts. Und sonst sehe ich hier eigentlich noch gar nichts. Ja und wenn ihr auf einen Post reagieren möchtet, dann habt ihr folgende Möglichkeiten. Entweder könnt ihr einen Post liken, ihr könnt ihn beantworten. Dann ploppt wieder auf das ganz normale Menü. Hier kann ich darauf antworten. Hier kann ich einen Post reposten, also in meine Timeline kopieren. Oder aber ich kann auch einen Post teilen. Also wenn ich hier draufklicke, habe ich entweder den Link in meinem Zwischenspeicher oder ich bekomme hier den Embedded Code, den ihr dann in eure Webseite einbauen könnt. Ja, hier oben kann ich noch das Ganze in Black Mode umschalten. Auch eine sehr lustige Sache. Hier habe ich noch die Settings, wo ich da wirklich verschiedene Wörter ausblenden kann, die mir nicht gefallen. Also hier beleidigende Worte und so weiter. Hier unten kann ich sogar eigene Worte eingeben. Also wenn ich irgendetwas nicht sehen möchte, kann ich das hier machen. Hier sehe ich dann auch, welche Profile ich geblockt habe und welche nicht. Und da werdet ihr dann wirklich direkt wieder mit eurem Instagram-Konto verbunden. Ich habe jetzt hier noch niemand geblockt, also ist diese Liste leer. Und hier kann ich die ganzen Einstellungen noch machen. Und hier habe ich ein relativ umfangreiches Help Center. Ja, das war es also für Threads. Ihr wisst nun, wie Threads funktioniert und wie ihr ein Konto machen könnt. Ja, wenn du noch eine Frage dazu hast, dann stell sie mir unten in die Kommentare. Wie immer, ich versuche alle Kommentare zu beantworten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gib mir einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, sehen wir, ciao.